ja kann ich überhaupt nicht gegen anheilen wort der ende die lehnen bettet er hat was die den morgen der ende die lehnen los lasst mich die stadt hat so viele leichten da ich habe darauf gehört heute ist irgendwie aufgefallen lassen mit dem Neu-Eltern-Bio wie ein bisschen guter als sonst wieso rum was vier Lohn so spritzt das hier schon uralt wenn man jetzt mal nach Prozent vom Edeln her hallo ich will nicht mehr denken du wolltest denken was hast du jetzt davon Leute und ich wollte morgen spielen nein ein breit Acht wird morgen Worte fach genau es liegt an mir seine dreistrei reichnäher ist die Wahrheit die Wahrheit und reichnäher aber das machen also ich erinnere mich noch ein Akku Meider war das sind vier schlangen 3 3 köpfen ja ich weiß ich da kommen drei vier bahn schätzen wir jetzt hat sie wissen sind noch ohne stammers dieses kack wie ich es auch schon nicht gewesen hier mehr gara ja genau die alle eslampe ich gar nicht ich krieg nichts das ist doch scheiße die ganze jetzt auch nicht gelohnt dafür war dass ich so gut und da war wirklich trotzdem die in beine an hau ii die Gruppe werden lassen sowie ein Level gegen Defts der Däten Pro hierher so bs-r-poll ist in der Tour ja eine Indie können wir noch machen das war zum Schluss für heute dann haben wir noch mal Box-Shop anfangen was sie wirklich ein einfacher was eine Low-in-E eine Low-in-E, du bist lustig, eine Low-in-E ja, das andere war so, ich hab schon schultern und ihr so? ich hab schon schultern das ist schön für dich ne, war nicht gelogen schießt los oder zu schießt los oder zieht die Leine aber ein paar Lange, der ist aber freundlich ich mische mal 5e sehen ist schon mal gut ich nehm ich kinder Boah, halt dein Maul, wahr? Meine Fresse. Ja, du Kackfehl. Bukkake Stiefel. Du Schwein. Ja, das hast du auch gedacht, du Wichser. Nein. Doch, ich kenn dich doch. Ja, der hat mein Name brauchen. Wie viel Start ist mit Wichtigkeit? Ich hab auch mal was gewonnen. Meine Glückwunsch, ich hab das mit seinen Quessigen abgeben. Was? Oh, fuck fest. Oh. Echt so? Echt so, wirklich? Wow. Ja, das geht los. Ja, ein Training. So, Matze, das wird mein Richter. Wisst das so? Weil die Tür aufgeht, ist hier Speedrun angesagt. Geht über die Tür auf? Ja. Ja, wenn er wieder auftritt. Ja, hier, oder? Nee. Tote Kekse krümeln in der Achtung. Wer tritt sie denn auf? Ja, der motherfucker, der gleich hochkommt. Müssen wir dich irgendwie ansprechen? Oh, fuck. Wie war Blutfang los? Kann man so ne Gilde haben, ey? Wat? Wie kann man so ne Gilde haben? Tote Kekse krümeln immer. Oh. Weil es halt keine 10 Wurzeln nicht fehlen. Ja, GG. Ich brauch das Holz. Du händen musst du auch klären. Da liegt Holz im Brunnen. Mami, wie liefst du? Wie liefst du? Wie liefst du? Warum brauche ich das nicht? Warum brauche ich das nicht? Weil das meine Druiden-Waffen-Crest ist. Ja, ich könnte wieder kotzen. Ich bin der Greedige hier. Ja, ich darf auch mal Greedig sein. Grab, grab, grab. Was? Hey, der hat ein Rüstung mehr als meiner. Du hast mich gewonnen, oder was? Jetzt können wir unten rum. Was bist denn du, Matze? Ja? Ja. Was? Gibt's ja auch Frap? Wo du bist? Ich bin hier. Ich möchte dich nicht heilen konnte. Alles gut. Hm? Grab. Ja. Ja, nö. LOSC Tobi. Was willst du? Ach, ich LOSC alle. LOS? LOSC, kennst du? Nö. Satt, wenn die aus der Sicht fällt sind? Das ist, wenn die aus der Sicht fällt sind. Dann ist Matze an Whipple. Baa. 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 macht es aufgrund seines großen an hätte will er möchte der nerven nach wenn ich sterbe ja brauche ich nicht und die rückwärts ane müssen kommandant grünt hat drei ausdauern mehr jetzt an telefonieren oder der schreibung es war ein whatsapp ton das war kein kein gelitten gelitten ich habe ich nicht mal gehört genau ich kann mir vorstellen dass er klingelt und immer kreiner oder so ist ja ganz bestimmt ja es aber nicht nicht wenn ich vorstelle laberbacke er sei dass ich gebraucht wird aber nicht nein hast du nicht alles von der Welt dann halte ich weg ja also ja weil die töten mich sich an das du packt hängt ich werde dir den fluch ja jetzt wurde gepolt mannig theoretisch hätten stehen lassen müssen ein sterben ja und aber da haben damit das ist das hat damit denn zu tun ja ich habe und die schaut und aspekt ist gepaart ich kann jetzt sporten ein das ist ja beide schwul dann sind freigestellt genommen oh ich habe auch was bekommen auch noch bin ich die level ab geworden eigentlich lauf mir halt einfach aus der range alter das ist unfassbar er wird auch in der cd was zählen was soll ich immer anwenden hast du kein tank was kann ich für euch tun was denn hier drinnen ein großer sack nimmt mit damit du auch meinen hast der bis zehn sechst max wie wahrscheinlich ist es freut mich schon auf dieses wochenende das war karte macht ja das ist sicher nicht auch unendlich aufwerfen daher war gar nix kacke hier dynamo wichtig ist dass du vor solchen pichern keine angst hast denn wenn solche viecher die angst machen was verloren das war verloren hast du nicht gewonnen hast verloren glaube ich nutze mein fcd auf cd sind aber nicht sicher das war das denn weil die folge nicht schauten sondern fassen erst mal nicht was ich finde fcd stärkenes gebräu 20 prozent mehr ap und 20 prozent mega damit direkt die hex hat ein cooles pad ganz komische geräusche von sich und hier ja gemächtigung topi So, die Quest ist fertig. Mach einfach die Scheiß Tür auf. Äh, Tür. Du guckst rein. Lass mich doch einfach die Quest abgehbar. Ihr solltet euch spuren, wenn ihr einen Teleport haben wollt. Ja, hm, wie wär's denn immer, ich höchst Tür auf, du Bongo. Wie wär's denn mal bei dem Fässer geben darf, hallo? Dankeschön. Oh, dass ich eher was, ich weiß noch nicht was, aber ich krieg immer. Schuld haben. Ja, gut. Obwohl, die Schulden sind nicht mal scheiße. Doch, die sind scheiße. Die Schuhe sind gut. Wo kommen denn hier die ganzen Fackfiecher? Da. Ach, ja. Ja, hm, blaufer range, alles klar. Bleib doch cool, ich kann mich selber heilen. Nö, nur frage ich mich denn, was ich denn die ganze Zeit mache. Soll ich denn direkt einen Bospolen? Nee. Och, man. Och, man, sorry, Mäuschen. Hättest du, hättest du machen können, wenn ich keine CDs gehabt hätte, aber ich hab leider CDs. So, 50 Sekunden aufgabe, damit ich damit machen kann. Arsch. Okay, ich pulle schon mal den Boss, ne? Hm. Nehm. 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 Das sind 30 Sekunden. Na ja, 8 Löcher. Oh oh, der z-D-Wu-Farlick. Na tolle, mit der CD wäre ich viel besser. Ne. Ne. Ne, ich habe schon eine Löhne. Oh, die da Quest abgeben, Quest abgeben. Krieg das noch mal hin? Komm da darüber? Ja klar... Darf ich das auch? Ja, locker. wahrscheinlich schafft endlich mal schuld haben habe ich bestimmt endlich mal schultern meine frisse war los so witz würde ich sagen wir brauchen uns mal zurück aber nur zurück machen wir das nächste war dann direkt weiter in rot kam oder hier wir sind doch ein roter idiot also ich glaube und wird direkt ich alle abzufatten kamen direkt mit genommen ringer eu ich bin gerne genug bergen er hat es auch kein Entwerk dass keiner verstehen kann das richtig wurde noch hinzukommt dass kann man gehen die Leute erinnern zu können diese Echtidioten guck mal wo ihr seid guck mal wo ich bin Tja du hast Nettung ist Kacke ne ich bin vorausschauend vorausschauend er Jodl und ich schon nein ich nicht er will angeblich wenn ich die Folge hier alleine weil das ist 1 leider nicht nur ich hier aber ich bin aufnehmen das heißt es wird schon mal wiederum auch für mich Orte der Wendel zu feiern sehen um hat nun da für ein Kram gemacht hat soll man nicht macht er will denn auf den Stuhl die gestrichen für aber muss ich halt hier allein besitzen was halt nix wenn sie mal herkommen oder so müssen wir wieder nachher anfangen nur wir fangen in Dunkelheit an Nein, tun wir nicht. Nein. 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 Weißt du warum? Nein. Weil ich der Aufnehmende bin. Na und? Ja. Ja, so ist das eben. Ganz genau so ist es. Schön, dass du das endlich begriffen hast. Leute, ich hab das nicht. Hol mich raus. Hol mich raus. So, wir geben doch schon unsere Druid-Crest ab. Das wird nehmen wir als nächstes. Heil in die Berührung. Ja, geil, als nächstes nennen wir Heil in die Berührung. Ja, endlich. Komm mal, ich mach ein Duell. Willst du mal mit der One-Shotten werden? Yo, das klingt realistisch. So, Schatz. Gib mir mal einen Stab. Oh, der ist sogar schlechter, ey. Traurig. Die Göttenschützer. Die Göttenschützer, oh, ich. Fick dich. Fotze. So, die verhalten wir mal. Style Gear. Ja. Könnte gehen. Alles klar. Dann würde ich sagen, das war's mit World of Warcraft erstmal wieder. Ach so, du heilst sie, du Spar. Äh, natürlich, ich bin Renai. Ich hoffe, du hast gefallen, danke fürs Zusehen. Und, wollt ihr noch was sagen? Alex ist im Kacklappen und verliert jedes Duell gegen mich. Das ist richtig. Dem ist nichts zuzufügen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.